Einen wunderschönen, dann bin ich mal wieder euer Odin und wir haben uns eben bzw ihr habt es gestern gesehen, das H1, das ist jetzt das H5 Gaming Headset, also Ultra Force Gaming Headset. Jetzt packen wir mal den großen Bruder, will ich mal sagen, das H5 aus. Das H1 habe ich gestern ja, also eben erst, ihr habt es gestern gesehen, ausgepackt. Jetzt bin ich mal mega mäßig gespannt, wie dieses H5 jetzt ist. Das macht doch einen sehr nicen Eindruck. Packen wir das mal wieder ein. Hier haben wir auch wieder eine Erklärung. Brauchen wir nicht. Oh doch, hier ist schön gepolstert. Hier ist schön gepolstert. Okay, mir fallen schon die ersten Unterschiede auf. Ich werde nachher im Hardware Video denke ich mal noch das H1 dazu nehmen, um euch da so ein paar Vergleiche zu geben. Aha, okay. Aber wir machen auf jeden Fall erstmal das Hardware Video rein zu dem H5. Also vom Optischen macht es jetzt so beim Unboxing jetzt, ihr bekommt halt nur das Headset mit dazu, hat Klinkekabel, zwei Stück. Mehr ist da jetzt nicht dazu. Vom Optischen macht es einen guten Eindruck. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Hat mein Klingelt Wahrheit in Amazon Package. Wird mein Amazon Stick sein. Also der Fire TV Stick. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt gleich... Machen gleich das Hardware Video und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich.